Wieso kann ich schön in kein Panzer spawnen? Was schießt da? Ist schön wie... Ja. Panzersymbol aktiv, ich klick drauf, will spawnen, kann nicht mehr. Es hat aber auch niemand anderes das Panzer gespawnt. Richtig geil, ey. Das ist so wie im Matzin! Soll ich mal ein Arsch sein? Du bist immer ein Arsch. Soll ich mal ein richtiger Arsch sein? Okay, ich bin jetzt ein richtiger Team-Arsch. Es sitzt immer noch dran! Ist das dumm, ey. Ist das dumm, ist das dumm, Alter. Ist das dumm, ey. Was ist das dumm, Leute? Das ist ein grispaarer bei mir. Schau, ey. Guck dir das an, ey. Guck dir das an, ey. Das ist so blöd. Lachen. Jetzt hat er's auch gecheckt. Wie er sich umguckt und nur einmal rundherum nach unten feststellt, dass der Boden weg ist, ey. Oh, ist das gut, ey. Heilige Scheiße. Lange nicht mehr so gelacht. Sehr gut, ey. Das ist so cool, ey. Ich warte. Verstehe ich mal ein Sani? Oh, fährt der Kopf. Mhm. Heißer Spawn. Ich hab jetzt grad über mich drüber gefahren. Arme Sau. Ich würde in dem Haus wirklich was auch umstehen. Ja, dann hab ich die Skripper gemacht. Ah, diese armen Säcke, Alter. Was ist damit gerade passiert? Richtig, ich hab in dein Haus geknallt. Irgendwie klang merkwürdig. Dann so mhmhmhm und dann was weg. Ja, dann rück. Chris, mit? Ja, okay. Das möchte er nicht. Dann B? Keine Ahnung. Ja, B oder G oder keine Ahnung, mir egal. Das war ja, man hat ja keine Person nachgefahren. Geht doch ey, Arschloch ey. Ich sterbe natürlich. Viel Spaß morgen, Kriegerlücken! Da hat ein Reiter gekillt, weil da natürlich brain-tot in der Gegend rum stand. Mh, eine Minute glaube ich muss warten, bis es wieder auf geht. So, jetzt kann hier oben gern nochmal jemand sein. Sonst ist es jetzt 20 Sekunden. Ja, jetzt wird hier erstmal gebrannt, Leute! Ihr werdet alle verrecken! Komm her! Alter! Hahaha! Der hat ein Vierersport weggefackelt, Alter! Schöne Dummer ey! Schöne Dummer! Haben es auch nicht kommen können. Schöne Dummer! Schöne Dummer! Au! Mit Erinnerung, ne? Warte, ich... Mach mal, mach mal vielleicht mal ein kleines... Nein! Ein kleines Loch, warte, ein kleines... Nein! Ich sehe es... Der Zug! Nein, das ist kein Problem! Camp dich hier... Hier oben ist voll die geile Camping-Posi, Alter! What the fuck! Ja, ja! Das sag's ihm nochmal, wenn der Zug... Dich wegfickt! Wie soll der mich sehen? Ich bin jetzt hier oben... Wuuu! Wuuu! Wie soll der mich sehen? Ich meine... Ich weiß nicht, weil der total offen rumsteht... Nein! Wirklich nicht! Ich bin late auf mir gebrochen... Yo! Der Zug hat mich gekillt! Eher ist dir nicht so good! Hier ist noch... Ich habe hier den Überblick, noch nicht... Ich bin fast da.